Na super, das muss man jetzt sagen, dann bist du gemein. Seit Generationenwert ist es schon anders. Das hätte ich mir jetzt nicht sagen dürfen. So, warte, ich muss jetzt kurz einmal die Ostereier herholen, gedanklich. Na, das Ketchup. Dauert ein bisschen. Muss man noch sammeln. Seit Generationen werden in Stenaz die einzigartig verzierten Eier hergestellt. Das schaffe ich nicht, Rekki. Scheiße. Das schwitzt schon so stark. Das ist das für den Kinder. Aber es geht. Aus der Zeit. Super, wenn ich nicht tanze, da hätte ich was vor. Seit Generationen werden in Stenaz die einzigartig... Oh weh. Wieso will ich das nur schaffen? Du weißt nicht, aber nur bei deinem eigenen Wort. Ja, aber ich sehe das Wort ja schon. Nein, einzigartig. So, ich muss jetzt aufpassen, die Maske ist auch nicht mehr da, gell? Ich muss jetzt zuerst die Augen aufmachen. So, vielleicht nicht so okudern. So. Seit Generationen werden in Stenaz die einzigartig verzierten Eier hergestellt. Das Eierkratzen ist ein Teil der Identität der kroatischen Gemeinde und überregional bekannt und begehrt. Doch das Kulturgut ist vom Aussterben bedroht. Nur mehr wenige Damen beherrschen die Technik und wenn man wirklich aktive Eierkratzerinnen sucht, ist die Auswahl sehr klein. Das ist das Schlimmste, was ich jemals lesen habe müssen. Das ist das Schlimmste, was ich jemals lesen habe müssen. Ich hab jetzt recht viele Tage getrunken. Wir reden schon die Wimperndusche rüber. So. Das Kulturgut ist also am Schluss, aber dann wäre mit. Obwohl man so? Ja. Bisschen Borsi kann nicht schaden. Bis zum nächsten Mal.